jo leute weiter geht's mit dem fünften display von pokémon sonne und mond stunde der wächtergeist und jo wir rippen es so da ist es leute wir greifen einfach mal rein und fangen an so ich lese jetzt nicht mehr die namen immer vor weil ihr kennt die karten und alles reverse gelatropo und ria ist feilort sandern wombol knofensers vorglar nagelot ihr wisst bescheid alles schon gesehen coreogl ist die ria wie gesagt schreibt mir einfach mal in die kommentare was eure lieblingskarte aus dem set ist wie immer schreibt mir ob ihr schon packs gekauft habt und so weiter und so fort feen energie cola leo lammus plätschögel kanivania reverse und coreogl ria wälzer als ria ich weiß nicht warum ich da gerade den kartendrick vergessen habe aber das motto von diesem channel ist durcheinander ist programm aber ihr wisst ja kennt mich ja schon länger wer mich schon länger verfolgt dunkel energie maschok lamus kukmada reverse amphira und alola sandama rare fassen wir mal hier rein schauen wir ob wir hier irgendwas ziehen 2 3 4 wulpix flagmon majolo iguana gramburg stahl energie schutztonete paradies rula georock kala gelatini reverse und to hydro rare so 3 4 flagmon lusarin nassknäht zwiskora bodenenergie latenecto tentoxa topdrunk reverse thromburg lusarin gx unser erstes lusarin gx jawoll nice unser allererstes lusarin gx ist jetzt nicht so spielbar muss man jetzt nicht vorlesen denke ich molimorva formeo tentaha pipi lichtl wasserenergie maho sonnenkreis podium mediras paragoni reverse und pangoro so lichtl molimorva pam pam alola vulpix chanera donnerenergie hypnomorva cola leo rettungsdrage schnepke reverse und senlong holo erster holo so und rathutox mini rass raislaus viscora lusarin feuerenergie 490 tor ultrigaria mondscheiben podium quacks so 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 tentaha pipi schmerbe kanivania datiri glattenergie felgebläser hypnomorva choreogle reverse und viscogon holo schmerbe 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 schmerbe